Ja. Der Hund ist meistens treu doof. Er tut alles für sein Herrchen. Alles. Das will ich gar nicht. Und ja, ich brauche tatsächlich keine Thornportals mehr. Also keine Rollen dafür. Das ist schon krass. Das ist schon sehr sehr krass. Nun gut. Das ist auf jeden Fall ein sehr sehr nützlicher Zauber. Wenn wir jetzt auch noch sowas bekommen mit Identifizierung. Ja, dann Post Mahlzeit. Guten Tag. Ich wollte ja nochmal durch. Da habe ich irgendwann dann halt in Torture 2, als ich damals allein gespielt habe. Ich bin damals auch auf so einer niedrigeren Schwierigkeitscard auch gespielt gehabt. Da war es wirklich so, dass ich einfach nur durch die Gegner ran bin und ab und auf durch wollte. Und die Gegner an sich halt auch keine Bedrohung waren. Und ja, halt nur Endboss, der hat halt so unendlich viel Leben. Und das war einfach nur ätzend. Ich wollte es aber nur ruhig haben. Immer rüber schießen. Immer rüber da. Tauern von der Spoil, die ich nicht brauche. Yeah. Party. Spinne, die ich auch nicht brauche. Ich habe genug zu Hause. Und das, wo ich doch gar keine Spinn leiden kann. Ja, die Gegner hier machen so langsam tatsächlich ein bisschen Schaden. Das sieht so ein bisschen aufpassen aus. Oder halt mir irgendwie mal Items anschaffen, die auch Leben retten. Per Hit oder sowas. Ich weiß ja nicht. Nur ein bisschen mehr Defensiv-Skillen oder was. War einfach nicht in der Gegnermenge stehen. Es geht doch hier. Spinne down, Spinne down! Alles töten, was ich töten kann. Auch Urnen. Ja, ich habe früher viel Zelda gespielt. Jede Vase muss weg. Mysterious Boots. Dann kriegen wir da nicht mal hier so eine Brustplatte oder sowas. Also Brustplatte wäre ja zu viel für den Bonschutz. Aber irgendwie so etwas, was wir noch nicht haben. In das Gelb oder so. Irgendwas, was sich dann auf jeden Fall lohnt, halt neu anzuziehen oder so. Ich weiß auch nicht. Ah, wir schauen uns das gerne an. Ähm. Ja, das ist so Schrott, das braucht gar nichts angucken. Weg. Weg. 16 Rüstung. Sockel. 6 Hells. Ist doch unweit. Ähm. Da gibt's ja Mana. Das hat aber ordentlich Feuerresistenz. Ist doch unweit. Ähm. Da gibt's ja Mana. Ja, also das hier. Die Dinger, die wir tragen haben zwar insgesamt 8 Armor und 9 defensive Attributpunkte. Ich glaube, ich habe auf lange Sicht halt mehr von den anderen Schuhen. What? Achso. Ich brauche dafür 24 defensive. Ich verstehe. Ich habe... Ähm. Was ist denn das? Nicht Skills. 10, ne? Genau. Na gut, das habe ich erstmal nicht... Ich klebe mir zwei Punkte drin. Okay. Nehmen wir halt, weil das aber trotzdem erstmal. Das hier. Sowieso. Okay. Das ist ein paar aufbauen gerade. Das muss auch sein. Okay. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich jetzt einfach so in dieses Wasser hineingehen kann. Klingeln. Ich würde hier noch den... ...eller fest da unten machen. Aber auch noch nicht. Das ist so. Also jetzt ne. Von der Stadt aus gesehen unten. Der, der uns immer ein Portal öffnet, nach irgendwo hin. Gucken wir gleich auch noch mal. Das wird schon. Hoffe ich. Hallo. It's a crack. Okay, dann nicht. Übertrieben. Ich habe mir zu viel freie Fläche. Da war doch noch die eine Ecke, wo ich wieder irgendwas hätte finden können vielleicht. Vielleicht. Warte mal, warte mal, warte mal. Nicht, dass es dann halt wieder so eine Ecke ist, wo vielleicht nichts ist oder nur eine Truhe oder irgendwie sowas. Es ist nichts. Ich dachte, hier ging es. Es geht. Okay. Aber hier ist sonst nichts. Okay. Doch, hier ist doch gut. Jede Menge Schätze. Ja. Okay. Hat sich doch schon halbwegs gelungen. Aber nur halbwegs. Mich lässt sowas manchmal einfach nicht in Ruhe, wenn ich da halt noch irgendwas unerkundet habe. und weiß, dass es auch weiterhin unerkundet ist. Und ganz besonders klare macht es mich, wenn ich das dann nicht wieder zu machen. Ist einfach so. Ist einfach so. Oh, da habe ich den Film nicht gesehen gerade. Kommt rein. Wäre nicht das erste Mal. Hier geht es auch noch weiter. Oh, und da ist noch so einer. Ah. Jetzt kann ich den Film auf jeden Fall. Schein kann es eben auch filmen. Ich habe es noch nicht gesehen. Es geht hier noch weiter. Bäume. Schöne Bäume. Oh mein Gott, wie viel hier rum. Kannst du aber auch echt übertreiben. Die ganzen Rundgängen hier. Okay. Kannst du aber irgendwie mal. Wahrscheinlich werde ich jetzt auch nicht verpassen, wenn ich irgendwo irgendwas versuche. Ich versuche nicht meine Augen überall zu haben, aber immer klappt das auch nicht. Also meistens gar nicht. Guten Tag. Wie so oft. Okay. Aber jetzt wird es ein paar Sachen abgeben. So. Lebensbrunnen. Da oben geht es aber auch noch hin. Und sonst noch? So viele Möglichkeiten hier irgendwo irgendwie lang zu gehen, ne? Das ist ja eine Abartigkeit gar nicht zu überbieten. Katze ist auch gleich down. Läuft irgendwie wild im Kreis wieder. Man kennt das schon. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ähm. Okay. Slow attack speed, das hat fastest attack speed. Plus sechs physischen Schaden. 13 poison damage. Legen wir mal an. Schau mal, wie wir damit schießen können. Das ist ein bisschen schneller. Tatsächlich. Okay. Und der Rest kann weg. Da holen wir noch den Sockel raus. Nicht, dass ich da... Ähm. Ne? Und so. Was haben wir hier noch von Spell? Fireball. Heal all. Heal all. Heal to cast all all allies. Nehmen wir mal. Nehmen wir das raus. Nehmen wir das raus. Nehmen wir das raus. Nehmen wir das raus. Finde ich jetzt tatsächlich nicht so toll. Das finde ich wesentlich praktischer. Ähm. Ich mach das mal auf die vier. Geht mir halt hier über Zeit, über mehrere Sekunden. Und du gehst mal einkaufen. Verkaufen, hast du gesagt. So. Die Frage ist, wo jetzt lang? Wo? Frag mich nicht. Frag mich einfach nicht. Ich glaube, hier geht es nicht lang. Das heißt, wir können beruhig die andere Seite entladen. Also hier ist wirklich nicht so viel. Schrei nehme ich mal. Spare ich mir einen Haltrank oder einen Heal? Bei den Ringen kann ich sowieso eigentlich mal gucken, ob ich das bei der Katze einsetzen kann. Macht das jetzt so selten. Für den Dachbau. Zaubau. Ein Fishing Hole. Oder ein Pikmin. Nein. Ich pick mir wiederum, Captain, aus, aus, äh. Toy Chamber. Geht's a wing. Alle auf einmal, ne? Alle auf einmal hier. Wird auch bald wieder nett ab, wenn das hier so weiter geht. Das ist schön. Da freu ich mich. Da tut er ich mich ja freu'n. Ja. Das ist ja schön. So, dann gehen wir hier mal ganz kurz angeln. A big fire fish. Einen tollen Feuer Elementar. Ist okay. Kann man machen. ein großartiger Fisch. Ein großartiger Fisch. Hm. Aha, 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 aha. Aha, aha, aha. Ja, das war auch mein Vorhaben. So, nett, dass der Erzähler mich anständig erzählt. So, bitte warten. Portal, tut nicht gut. Ah, ok. Nehmen wir auch gleich. Erstmal alles einsammeln, alles töten, was hier noch übergeblieben ist. So. Haben wir's. Dann können wir wieder zurück zum Glyphil-Raum. Und in das nächste Portal. Oh ne. Neh nicht. Ah nicht. Puh. Oh boy. Da sind sich so viele. Action focus. Ah. Einmal. Ach.